100 Meter Also unten sind eine Menge Creeper 70 Meter 3 Skelette noch 40 Meter 30 Meter direkt unter dem Wasser Wunderbar Wo ist denn der Eingang? Der Eingang ist ein Stückchen weiter nördlich Ich habe wie gesagt die Daten genommen Von in der Höhe wo ich gerade stand Aber gut hier Ein bisschen weiter nördlich Glaube ich nördlich Ich sehe dich halt auch gar nicht Auf der Minimap Also müsste ich dich unten ja sehen Wo bist du denn? Du bist hinten an so einer Kreuzung Ich versuche mich gerade mal kurz An deiner Minimap so ein bisschen Auch zu orientieren Was hast du denn jetzt gerade für Werte? 400? 600? 682, 30 Plus 20 Höhe Hallo Enderman Nicht angucken Nee Hat nicht erlaubt Mit meinem Herzen Komm mal eben aus der Höhe raus Ich bin jetzt bei 600 Ich bin jetzt bei 600 Warte mal Warte mal Warte mal Was hast du? Plus 30 bist du Plus 40 Bist du weiter hier rüber? Ach ne Kettenrüstung hat der Herr an Hat für ne Rüstung Kettenrüstung hier Die du eigentlich nur erschienen kannst Hm ja Die ist aber auch sauschlecht Doch mal abgesehen Er hat's aber fallen lassen Sie ist halt wirklich sauschlecht Sie ist schlechter als ne Gold Ne sie ist besser als ne Goldrüstung Aber immer noch nicht gut Ich werde überlegen wie ich hier rauskomme Hallo Machst du mal Das Ding weg Ah ne ich krieg's nicht ohne Schlaufe weg Okay Komm mal an die Oberfläche Und dann sag ich dir die Daten Der Höhleneingang ist bei 712,37 Da bin ich ja ganz weit von weg Was? 712 712,37 37 37 Der Y-Wert ist das glaube ich Was ist der Y-Wert? Der Y-Wert ist 52 Also das ist der Höhenwert Ja H, H Wo haben wir den Zahn? H, H ist da hinten 100 Meter Tja Das ist knapp 100 Blöcke jetzt davon weg Du bist auf der anderen Seite von dem Wie ging nochmal die Minimap auf? Minus ne? Äh ich glaube M Für Map Ne Das hatten wir Oder war Plus? Ne Plus war das Ne hier oben war das Dieses ähm Ah stimmt Dieses Semikoleon Ja Du warst hier oben Warst du Ja Bei mir guckst Ja Ich hab's Ah ist 30 Ich bin auf dem Weg Ah leh ab 5 Meter 3 Meter 2 Meter 1 Meter ich bin Da Wie siehst du denn aus? Ja ich bin leicht gespickt mit Fallen Ja ganz leicht Hier hab ich mich runtergegraben Wo? Rechte Wand Rechte Wand Hier ist noch Eisen Ich lass Eisen jetzt liegen Ist mir jetzt egal Ich hab Fast zwei Stacks mit Eisen Das auch noch Eisen Hier ist noch einiges Hier ist noch einiges Hier unten geht vor allen Dingen noch ewig weiter Komm mit So hier ist Das ist meine Skelett Farm Hier ist noch so viel Zeug Oh der Creeper scheint hier noch freiglich zum Bist du wieder am Farm? Nein Ich versuche an dieses Skelett ran zu kommen was mich an und weg schießt Ach dankeschön Wie gesagt du hast ja eben auch kurz bei mir gesehen da wie viel Skelette hier waren Hey hier sind Rocky Bees Rocky Bees Die Erdscharts hätte ich ganz gerne Für Büsche Ja ich glaub das sind Aluminium Büsche Da sind noch Scharts Was? Warum? Wo bist du? Wo warst du? Ich bin weiter runter gefallen Noch ein Stückchen Gut immerhin mein Bett gespawnt Ich bin nicht weit unten mein ganzes Zeug Bei dem Wasser was da unten nach Oder Wasser fließt Ok hier fliegt Wasser Ähm ich weiß aber nicht Ach da hinten 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 Und warum bist du hier runter gefallen? Weil ich da hinten an den Aluminiumbüschen war und dann abgeschossen wurde und darunter geschossen wurde Ok das kann weg Äh das kann weg Das kann weg Das kann weg Ansonsten ich bin jetzt gleich dürfte ich wieder da sein Das kann weg Kopf kann weg Oh gut das schießt mich jetzt ab 3 oder 4 Skelette Ja ganz da hinten Du hast doch noch was zu futtern da oder? Äh 33 Bären jetzt gerade So im Moment weiter geht es hier mit Claws kann weg Äh Zombiebrain kann weg Lidohr kann weg Aluminium brauchen wir ja Ähm Diese 12 Apatit kann weg Stöcke packe ich erstmal weg Ok ich glaube ich bin hier durch Jetzt muss ich hier hin Kürbisse weg Da ist eine Eisenspitze weg Erde weg Erde weg Erde weg Cobblestone weg Blueberrybüsche kommen weg Nein Doch birja tapi Schauslerz Ziemäneingang nicht Oh Oh Hier ist voll die direkt Hand LoW Direk benar近 Dreck benar近 Mach den N humano Pyhle nicht Klaws nicht Ziemäte nicht nicht oder nicht aber jetzt nicht die stöcke nicht das nicht du willst deine blubelbüsche behalten also lasst du die blubelbüsche da ich habe das meiste zeug und das wichtigste zeug aufgesammelt noch mal richtung ober ist teilweise oberfläche und sagt mir noch mal die points ich habe jetzt aber da sollen wir noch mal die koordinaten die eingang ich muss mal gerade die ganzen wegpunkte h 712 3 37 plus 37 creeper oh gott hat er mich erschreckt okay ich mache mir jetzt erstmal raten rüstung wichtigst rüstung und was zu essen brauche ich what the fuck okay scheiß auf die fiss scherben ich will die dias hier haben die jahre stier stier ich dachte gerade es wird hin wenn das ganze hin und alles so aufgesammelt dann noch da was über gold 10 jahren eisen eisen kies eisenerz monazes klar jaja das meiste habe ich aufgesammelt also das wichtigste eisen kupfer wobei das ist glaube ich gold gott hinten geht es ja weiter das ist ja ewig groß das ding mehr dias ok ich muss alles tun damit ich überlebe weil ich habe die erst dabei und zwar ein paar alter wie riesig sind dieses dia vorkommen erzvorkommen mache ich euch mal ein bisschen licht damit ihr auch was seht wie ich hier eisen abbaue weil das ja so wichtig ist dass mir das mitzieht da irgendwo ist ein creeper ich sehe ihn auf meiner mini-wrap sich bewegen ich weiß ich höre ihn wie er auf mich zukommt wie er mich töten will dahinten ist er ich habe ihn erledigt ich werde meinen weg weiter fortsetzen aber so let's player kenne ich auch die sind schlimm die einfach nur gerade kommentieren was sie gerade tun ich habe gerade er jetzt aufgesammelt ich hoffe jetzt gerade rechts über einen weg da unten ist lava ich werde versuchen nicht hinein zu springen ich werde mir hier weiter dorthin einsammeln hier ist wieder lava ich weiß nicht was ich tun soll ich werde sie mit pflaster schnappen das ist schrecklich oder so leute gibt es ja wirklich das ist das so schlimm da hält man besser ganz die klappe ja da kann man direkt walkfuss machen ok ok so da ist der tab 12 so was waren das jetzt nochmal 712 737 müsste das ja hier oben nicht sein ich glaube ich jetzt hier reden was soll ich die genauen daten gerade nochmal geben soll ich die genauen daten gerade nochmal geben du bist übrigens wieder zu leise ich höre dich wieder nicht im ding ok okay ist auch so tief runter gefallen gerade ich bin übrigens so vollgepackt mit ich hab jetzt kein eisenschwert aber es ist nur jetzt hin weiter noch weiter rein wie gesagt ich hab die erst gefunden nein 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 ich hab deinen namen gerade gesehen aber nein 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 hatte da das ist war das das eisen ja ja gut hallo kommen wir mit gold russ und das verteilen kommt auf die toll hey kartoffeln sind außen ich würde sagen du hast auch wahrscheinlich hast du auch nicht mein cobble stone und so eingesammelt wenig davon ich habe ein bisschen cobble stone dabei und man in der fliegt gleich wieder mein in der fliegt gleich wieder ich kann wieder raus machen jetzt muss dann gibt mir mal eisen cobble stone und meine stickys dann ist dickys dann ist dick sind weg also nicht kein werkzeug machen was willst du damit weg was für ein werkzeug willst du dann also spitzhacken schaufeln wenn nötig dein werkzeug habe ich eingesammelt weil dann kann ich nämlich jetzt auch weiter fahren mit einem leeren inventar ja ich nicht wie viel stecks von dem eisen hast du jetzt mitgenommen ich habe ein steck zwei stecks drei stecks ich habe knapp drei stecks eisen willst du ein bisschen auslagern dass du wieder ein bisschen mehr platz was ich bin gerne überlegen ob ich mit dem tint schon mal wieder nach hause und ich verziehe ich habe noch 40 tenor das dürfte halt reichen dass ich das zu hause dann schon mal